Meine Frau hat mich siebenmal betrogen, sechs davon mit meinen Kollegen, einschließlich meines Chefs. Lass mich von vorne anfangen. Wir haben uns während unseres Studiums verliebt, sind kurz nach dem Studium geheiratet und haben ein Kind zusammenbekommen. Ich dachte, wir bauen uns ein Märchenleben auf, oder zumindest wollte ich das verzweifelt glauben. Doch alles änderte sich abrupt, als ich meine Frau unerwartet dabei erwischte, wie sie morgens um sieben Uhr aus einem Hotel kam, begleitet von meinem ehemaligen Chef. Das geschah während einer angeblichen Geschäftsreise und hat meine Welt komplett auf den Kopf gestellt. Lass mich unsere Vorgeschichte erzählen. Direkt nach dem College hat sie einen Job in der Zentrale eines großen Einzelhandelsunternehmens bekommen und schnell Karriere gemacht. Ich habe mein eigenes Unternehmen gegründet, da ich immer davon geträumt habe, selbstständig zu arbeiten. Als ich 28 war, hatte mein Geschäft aufgrund der Wirtschaftskrise zu kämpfen und ich musste einen normalen Job annehmen, weil wir das Geld brauchten. Meine Frau stand kurz vor der Geburt unseres zweiten Kindes, also war ein weiterer Mund zu ernähren. Ich konnte dank ihrer Kontakte einen Job bekommen, da wir wirklich stabiles Einkommen brauchten. Damals wurde ich bei derselben Firma wie meine Frau eingestellt, aber in einer anderen Abteilung. Zu der Zeit verdiente sie mehr Geld als ich, weil ich gerade erst anfing und sie bereits Karriere gemacht hatte. Einmal, als ich nach der Arbeit mit einem Kollegen etwas trinken war, erwähnte er beiläufig, dass er von jemandem aus der Abteilung meiner Frau gehört hatte, dass sie sehr freundlich mit vielen Führungskräften sei, ausgiebig flirte und viel Zeit bei der Arbeit verbringe. Das hat mich tief verletzt. Ich wäre fast mit ihm in Streit geraten. Aber ich habe es als das Gerede unter Alkoholeinfluss abgetan, da ich absolut sicher war, dass meine Frau nicht betrügen könnte. Ich hatte volles Vertrauen in sie. Ich glaubte, die Gerüchte kämen aus Neid auf ihren beruflichen Erfolg. Im Rückblick sehe ich ein, dass ich naiv war. Nachdem meine Frau aus der Mutterschutzzeit zurückgekehrt war, beschloss ich, den Job zu kündigen und mich auf mein Geschäft zu konzentrieren, während ich gleichzeitig die Rolle eines Hausmannes übernahm. Wie jedes Paar hatten wir Höhen und Tiefen, aber in dieser Zeit hätte ich nie gedacht, dass sie eine Affäre haben könnte. Sieben Jahre vergingen, in denen sie zur Direktorin in derselben Firma aufstieg. Inzwischen hatten wir drei Kinder. Ich arbeitete von zu Hause aus, verwaltete mein Geschäft Teilzeit, was zusammen mit ihrem Einkommen dafür sorgte, dass wir ungefähr gleich viel verdienten. Ich dachte, es lief gut und freute mich auf mehr Gelegenheiten, zusammenzureisen. Doch unbemerkt von mir hatte meine Frau andere Pläne. Sie war häufig geschäftlich unterwegs, zwei Tage die Woche. Ich betonte ihr gegenüber, wie wichtig es sei, mehr Zeit mit unserer Familie zu verbringen und hob hervor, dass die ständigen Reisen für unsere finanzielle Sicherheit nicht notwendig seien. Mit drei kleinen Kindern, die ihre Mutter brauchten, drängte ich sie, ihre Entscheidung zu überdenken. Sie argumentierte jedoch, dass ihre beruflichen Verpflichtungen nicht verhandelbar seien und verwies auf Opfer, die sie für die Karriere gemacht habe. Während unserer Diskussionen über drei Jahre hinweg versicherte sie mir immer wieder, dass sie bald befördert werde und die Reisen aufhören würden. Sie behauptete, dass sie über das Telefon für die Kinder erreichbar bliebe, obwohl unsere älteste Tochter erst acht Jahre alt und ohne Handy war. Diese Rechtfertigungen klangen für mich jedoch wie Ausreden, um ihren mütterlichen Verpflichtungen zu entkommen. Schließlich, als mir klar wurde, dass unsere Gespräche keine Veränderung brachten, akzeptierte ich meine Rolle als Hausmann und Ernährer für die finanziellen Bedürfnisse unserer Familie. Die Hälfte der Zeit, wenn sie vier Tage die Woche zu Hause war, versuchte sie, die Kinder mit Geschenken für sich zu gewinnen. Obwohl ich dem nicht stark widersprach, da ich es genoss, Zeit mit unseren drei Kindern zu verbringen, sie von der Schule abzuholen und aktiv in ihr Leben involviert zu sein, wünschte ich mir doch, dass meine Frau die gleiche Begeisterung für qualitativ hochwertige Zeit mit unseren Kindern hätte. Ich wünschte mir, sie würde sich nicht so sehr auf materielle Gesten verlassen. Unser Intimleben war durchschnittlich, mit Sex einmal oder zweimal im Monat, ein Muster, das seit der Geburt unseres zweiten Kindes bestand. Ich akzeptierte das und verstand, dass unser Leben zusammen auf andere Weise reich und erfüllend war. Alles änderte sich nach einem unerwarteten Treffen mit einem ehemaligen Kollegen, der immer noch mit meiner Frau zusammenarbeitete. Während unseres Gesprächs sprachen wir über ihren anspruchsvollen Arbeitsplan und ihre häufigen Geschäftsreisen. Da er mit ihrer täglichen Routine vertraut war, reagierte er merkwürdig, als ich ihre umfangreichen Reisen erwähnte. Seine Reaktion weckte Misstrauen in mir und ich begann zu vermuten, dass etwas Seltsames passierte. Als ich zu Hause war, verstärkten sich meine Verdächtigungen und ich war zunehmend überzeugt, dass meine Frau etwas verbarg. Trotz ihres stets gepflegten Äußeren für die Arbeit gab es keine offensichtlichen Anzeichen, die Misstrauen weckten. Wir pflegten immer noch eine Verbindung, die mich an die Anfangszeit unserer Beziehung erinnerte, obwohl sie jetzt häufiger reiste. Als Hausmann beschloss ich, meinen Bedenken weiter nachzugehen und platzierte diskret einen GPS-Tracker in ihrem Auto. Was ich entdeckte, war alarmierend. An den Tagen, an denen sie angeblich auf Geschäftsreisen war, übernachtete sie tatsächlich in verschiedenen Hotels innerhalb eines 50 Kilometer Radius von ihrem Arbeitsplatz. Eines Tages stellte ich mich vor eines der Hotels, um herauszufinden, was vor sich ging. Ich engagierte eine Babysitterin, saß die ganze Nacht in meinem Auto und sah am Morgen meine Frau und meinen ehemaligen Chef, der einmal ihr Kollege war, zusammen das Hotel verlassen. Das klärte die Situation weitgehend auf. Sie haben es nicht einmal versteckt. Ich war geschockt. Ich sprang aus dem Auto, um sie zur Rede zu stellen. Sie kamen aus dem Hotel, als ob sie an einem Geschäftstreffen teilgenommen hätten. Ich konfrontierte meine Frau direkt und begann sofort mit ihr zu streiten. Trotz meiner Hartnäckigkeit versuchte mein ehemaliger Chef der Situation auszuweichen, aber ich bestand darauf, dass er dabei blieb, während ich meine Frau konfrontierte. Schließlich gelang es ihm, sich zu entziehen. Während der Konfrontation behauptete meine Frau weiterhin, sie hätten nur an einem Geschäftstreffen teilgenommen. Sie verhielt sich abweisend, als ob ich mich irrte, trotz des klaren Beweises dafür, dass sie morgens aus einem Billighotel mit einem verheirateten Mann weit weg von zu Hause kam. Zu diesem Zeitpunkt erklärte ich endgültig, dass unsere Ehe vorbei sei. Da wurde mir klar, dass ich das viel früher hätte herausfinden sollen. Die sieben Jahre alten Gerüchte stellten sich als wahr heraus. Ich sagte ihr, sie solle nicht nach Hause kommen und bei ihrem Liebhaber bleiben. Sie zog zu ihrer Freundin, rief aber immer wieder an und schrieb mir SMS, flehte darum, nach Hause zu kommen und die Kinder zu sehen, die sie für ihre Affären verlassen hatte. Eine Woche nach der Enthüllung des Betrugs wollte ich die ganze Wahrheit herausfinden, weil es Gerüchte gab, dass sie Affären mit mehreren Kollegen bei der Arbeit hatte. Wir trafen uns und ich machte ihr ein Angebot. Ich würde in Betracht ziehen, sie zurückzunehmen, wenn sie alles gestehen würde. Doch mein wahres Ziel war es, die Antworten zu bekommen, die ich dringend brauchte. Kurz gesagt, übernahm ich schließlich selbst die Initiative und führte eine gründliche Untersuchung durch. Die Wahrheit war düster. Im Verlauf unserer zehnjährigen Ehe hatte sie mir siebenmal untreu gegeben. Schockierenderweise waren sechs dieser Affären mit Kollegen, mit denen sie täglich bei der Arbeit zu tun hatte. Eine dieser Beziehungen war eine langfristige Affäre mit meinem ehemaligen Chef. Ich war schockiert und zutiefst verletzt. Kurz darauf reichte ich die Scheidung ein und durchlief den schmerzhaften rechtlichen Prozess. Innerhalb weniger Wochen waren wir offiziell getrennt. Trotz ihrer Entschuldigungen und Bitten konnte ich ihr nicht vergeben, dass sie mit Kollegen betrogen hatte, von denen ich einige kannte und die in festen Beziehungen waren. Ihre Handlungen ließen mich dumm und verraten fühlen. Nichts, was sie sagte, konnte meine Meinung ändern. Obwohl Monate vergangen sind, schickt sie mir immer noch verzweifelte Texte, aber ich habe mich vollständig weiterentwickelt. Der schlimmste Teil dieser ganzen Geschichte ist, dass ich einen DNA-Test gemacht habe und es stellte sich heraus, dass mein mittleres Kind nicht mein leiblicher Sohn ist. Das brach mir das Herz und ich bin immer noch nicht darüber hinweg. Als ich ihr das Testergebnis zeigte, bestritt sie alles, also haben wir beide einen zweiten Test gemacht, der das erste bestätigte. Sie wollte, dass ich ihr Geheimnis bewahre, aber ich lehnte ab. Ich schrieb Briefe an die Ehefrauen aller Männer, mit denen sie mich betrogen hatte. Ich wollte, dass sie wissen, dass ihre Männer untreu waren und dass einer von ihnen ein Kind gezeugt hatte. Die Nachricht von ihrer Untreue verbreitete sich schnell, was sie dazu veranlasste, ihren Job zu kündigen und sich vollständig von sozialen Medien zurückzuziehen. Überraschenderweise ist keiner der beteiligten Männer vorgetreten oder hat sich bereit erklärt, einen DNA-Test zu machen, was mich nicht weiter stört, da der Junge immer noch mein Sohn ist. Aber ich habe die Namen für meinen Sohn aufbewahrt, falls er eines Tages wissen möchte, wer sein leiblicher Vater ist. Derzeit bin ich mit einer Frau zusammen, die ich seit der Highschool kenne. Ich gehe diese neue Beziehung vorsichtig an, aber bisher läuft alles gut und ich habe keine Anzeichen von Verrat gesehen. Es geht mir gut und ich bin wirklich glücklich. Ich habe das volle Sorgerecht für alle drei Kinder und versuche, meiner Ex-Frau aus dem Weg zu gehen. Es ist befriedigend zu wissen, dass sie unglücklich ist, einen schlechter bezahlten Job in einem anderen Bereich hat und jeder, der uns kannte, weiß, dass sie diejenige war, die unsere Ehe ruiniert hat. Ich versuche immer noch zu heilen und nehme es Tag für Tag. Ich bin jetzt ein ganz anderer Mensch. Ich genieße mein Leben in diesen Tagen wirklich. Danke, dass du meiner Geschichte zugehört hast. Ich bin jetzt ein ganz anderer Mensch.